Mein Name ist Begonia Miragio und die Firma ist Y-Consult. Unter der Marke Y-Consult sind wir eine Gruppe von multikulturellen Personalberatern mit langjähriger Erfahrung in Unternehmensführung und Personalmanagement. Wir sind spezialisiert im Bereich interkulturelle Personalberatung und Rekrutierung. Wir beraten kleine und mittelständische Unternehmen auf dem Weg der Beschaffung ausländischer Fachkräfte. Y-Consult steht für Interkulturalität, Nachhaltigkeit und Leidenschaft. Interkulturalität ist das einfach Wien. Wien ist eine spanische Fachkraft. Nachhaltigkeit, ausländische Fachkräfte in ein Unternehmen zu integrieren, es ist eine Herausforderung, sowohl für Unternehmen wie für die Kandidaten. Wir sind Experten in diesem Bereich und wir begleiten beide auf dem Weg zum Gemeinsamen Wachsen. Und Leidenschaft, Leidenschaft. Leidenschaft bedeutet für mich Spaß und Engagement. Der Erfolg meiner Kunden, der Erfolg der Kandidaten im neuen Berufsumfeld ist meine Leidenschaft. Leidenschaft, Leidenschaft Untertitelung des ZDF, 2020